Das BSW hatte ja jüngst sein neues Rentenkonzept vorgestellt. Wie sind denn da die wichtigsten Eckpunkte? Also die wichtigsten Eckpunkte sind erstmal, dass wir eine Rente wie in Österreich haben wollen. Das ist finanzierbar nach diesem Modell, weil es wurde auch eindeutig nachgewiesen durch hier unsere Anfragen, dass wir im Gegensatz zum Bruttoinlandsprodukt, das stetig gewachsen ist. Immer weniger Geld in die Rente reinpumpen, also reinbringen. Unser Bruttoinlandsprodukt wächst über die Jahre, nicht stark, aber es ist auch über Jahrzehnte gewachsen, muss man ja auch sehen und wir geben nach dem Bruttoinlandsprodukt immer weniger für die Rente aus. Und bei uns bezahlen nicht alle in die Rente ein. Aber das wollen wir ja aber erreichen, weil dann gibt es höhere Renten, Beiträge sind dann auch niedriger und wir sehen es in der Schweiz und in Österreich klappt das, da haben die Leute höhere Renten. Und das ist unser Ziel, es ist finanzierbar. Bloß die anderen etablierten Parteien müssen auch eigentlich den politischen Willen dazu haben, um eine Verbesserung für die Rentner und auch für unsere Generation zukünftig, wenn wir in Rente gehen, ein gutes Rentenkonzept dann auch dahin zu stellen. Also das darf man jetzt nicht vergessen, es geht ja jetzt nicht um die jetzigen Rentner, es geht auch um dich und um mich und ich will gerne in dem Wissen aufwachsen. Ich brauche nicht Angst haben vor Altersarmut. So, dazu kommt auch noch, dass wir auch eine Inflationsprämie für die Rentner fordern, weil Beamte haben die bekommen, die anderen Rentner nicht. Das ist auch schon mal nicht in Ordnung und natürlich, dass Renten bis 2000 Euro auch steuerfrei sein sollen. Ja, definitiv. Du hast gerade das österreichische Modell angesprochen, welches ja vorsieht, dass die gesetzliche Rente deutlich gestärkt wird und solche ganzen komischen Ideen wie Riester wieder abgewickelt werden. Wie ist denn in diesem Kontext dann diese neue Aktienrente der FDP zu bewerten? Da will die Rampelregierung ja Schulden an den Finanzmärkten aufnehmen, dafür 4% pro Jahr an Zinsen zahlen und mit diesem geliehenen Geld dann Aktien kaufen. Also wer davon profitiert, das lässt sich, glaube ich, ziemlich leicht erraten, nämlich die Banken, bei denen man diese Schulden aufnimmt. Die Banken, die zur Bietergruppe Bundesemissionen gehören. Also JP Morgan, Goldman Sachs, die Commerzbank, die Deutsche Bank, ja, UBS. Die ganzen Banken, die dazu gehören, die kassieren risikolose Zinsen dafür, dass der Staat an den Finanzmärkten Hedgefonds spielt. Also wie sind solche Vorgehensweisen zu bewerten? Solche Vorgehensweisen sind zu bewerten von einer neoliberalen FDP, die doch lieber, die immer noch auf diesen, wie heißt das mal so schön, damals, genau, der Finanzmarkt, das ist ja so, der Neoliberalismus, das ist ja ein Glaube, das ist ja kein Konzept, was sich für alle Menschen positiv auswirkt. Das ist ein Glaube wie eine Religion. Und die FDP und ganz auch viele andere Politiker, auch aus der SPD, CDU, die sind auch so ein Glauben-Narrativ drauf gefallen, dass dadurch alles besser wird. Also, ich weiß nicht, was Lindner da geritten hat. Allein, wenn wir jetzt 200 Milliarden an der Börse investieren würden, wie sagst du schon, du hast ja schon gesagt, profitieren da ja andere von und nicht die Rentner. Und wenn wir dann das Geld investieren, irgendwann mal 200 Milliarden, kriegen wir vielleicht erst mal in den ersten Jahren 10 Milliarden Euro raus. Ja, das reicht für einen halben Monat Rente. Und hier wird ganz klar die Banken gestärkt, aber nicht das Rentensystem und die Rentner. Und da sind natürlich ganz klar Lobby-Interessen dahinter. Da sieht man auch ganz klar, wer Einfluss momentan auf die Politik hat. Das sind nicht die Bürger, über die es eigentlich gehen sollte, sondern das sind ganz knallharte Lobby- und Kapitalinteressen. Und das ist sehr kritisch zu beäugen. Also, dass die FDP und SPD und Grüne auch Politik fürs Finanzkapital machen, das ist uns allen ja schon seit Längerem bekannt. Spätestens seit der ersten rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder, wo man unser gesetzliches Rentensystem zusammengekürzt hat, um dann diese Riesner-Rente durchzuwinken, wo jeder vierte Euro in den Taschen der Versicherungskonzerne, also von Maschmeyer und Co. gelandet ist. Also, das war ja auch ein einziger Scam gegenüber den Rentnern. Aber wie kann es sein, dass die Medien darüber nicht vernünftig berichten? Wie kann es sein, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht erklärt wird, wer eigentlich von so einem Vorschlag profitiert, sondern das dann noch in den Raum gestellt wird, es könnte ja sein, dass das zur Sicherung unseres Rentensystems beiträgt. Wenn die Finanzmärkte sich gut entwickeln, ja, die Finanzmärkte sind ein Abbild der Realwirtschaft. Wenn die Finanzmärkte stärker wachsen als die Realwirtschaft, dann ist das entweder eine Form von Blasenbildung oder es deutet darauf hin, dass die großen Vermögen stärker, also dass die hohen Einkommen, die ihr Geld dann in die Finanzmärkte tragen können, stärker wachsen als die unteren Einkommen. Das heißt, es ist entweder ein Symptom zunehmender Ungleichheit oder ein Symptom von Blasenbildung, was beides extrem gefährlich ist. Das heißt, die Finanzmärkte können ein logisch behaftet langfristig keine höhere Rendite als die Realwirtschaft bieten. Es sei denn, man treibt diese Rendite halt durch neoliberale Politik, sprich Steuersenkung für Unternehmen, Steuersenkung für Superreiche. Alles Maßnahmen, die die Stabilität des Finanzsystems gefährden, noch weiter hoch. Also da mag das diese einfachen Gedankengänge von den Medien nicht mal vermittelt werden. Wie kommt das? Oh ja, der Öffentlichen, ja genau, dann können wir ja gleich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk anfangen. Also wir sehen hier eine starke, egal in welchem agieren im Moment, ob es Ukraine ist, ob es Gaza ist oder das Thema, was du angesprochen hast. Also hier wird auch ganz klar sich immer nur für eine Seite gestellt und das liegt am ganzen Konstrukt des öffentlichen rechtlichen Rundfunks. Viele Journalisten können einfach nicht mehr ihre Meinung schreiben. Wir haben einen Rundfunkrat, der anscheinend nicht mehr dazu imstande ist, die Meinung von vielen Leuten zu beleuchten oder auch Themen zu beleuchten. Dann wird gleich jemand diskreditiert. Oh Gott, das darfst du nicht sagen. Das ist ja gegen die Regierung. Und also ich sehe da auch mittlerweile, das sind dann in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was eigentlich unsere Hauptmedien sein sollten oder auch sind, da eine ganz klasse, auch mittlerweile eine Interessenpolitik stattfindet, anstatt eine wirkliche Berichterstattung, die beide Seiten beleuchtet. Ja, damit ist das Fazit dieses Mal, wie so viele andere Male, das Gleiche. Dieses Mal, wie so viele andere Male, das Gleiche. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte in seiner derzeitigen Form abgeschafft werden. Vielleicht kann man was Besseres an seine Stelle setzen, aber das, was wir da aktuell haben, ist ein Laden, der Regierungspropaganda betreibt. Egal, ob in der Wirtschaftspolitik oder in der Außenpolitik oder in anderen Bereichen, es ist überall das gleiche Elend. Und ja, das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir nochmal ein anderes Mal drüber reden können. Vor allem zu den Ostwahlen, da wird das sehr interessant, wie sich die ostdeutschen Landesregierungen zu den Rundfunkstaatsverträgen verhalten werden. Dort könnten uns nämlich interessante Entwicklungen bevorstehen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir für dieses Interview und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei dir und es freut mich, dass wir es eigentlich geschafft haben und ich freue mich auf das nächste Mal.